Hallo zu einer Ankündigung in unserem Livestream Harry Potter und es geht weiter am 3. März, wenn ihr Lust und Zeit habt, allerdings mit dem Problem, dass es nicht gespeichert hat, ich habe auch keine Zeit, ich sage es euch ganz ehrlich, das jetzt nochmal nachzuspielen. Ich würde es dann im Livestream wieder machen, wenn ihr dann später dazustoßen wollt, dann könnt ihr dann entscheiden, ob ihr das jetzt nochmal sehen wollt, was wir gemacht haben. Und ich hoffe, dass es diesmal, wenn ich das Aufnahmeprogramm nicht mit starte, weil ich wollte immer so noch eine Aufnahme, die ohne den Chat ist, mit reinbringen, aber braucht man es mehr oder weniger nicht. Wir lassen das als Stream-Projekt und da ist es, da brauchen wir keine Aufnahme weiterzumachen. Und ja, ich laute euch recht herzlich ein, also am Sonntag, den 3. März um 20 Uhr. Und an diesem Wochenende kommt dann auch unser monatliches Kanal-Update. Und da gibt es drei Neuerungen. So, gut, dann noch eine schöne Woche.